Ja hallo und herzlich willkommen zur Survival Series Review. Die Survival Series fandet ja am 22.11.2015 in Atlanta, Georgia statt. Und ja, zusätzlich zu dieser Review kommen natürlich auch Live-Reactions, die ihr immer mittendrin eigentlich hört. Ich sag's immer an, wann die Live-Reactions kommen. Alle Live-Reactions findet ihr natürlich in der Beschreibung. Also da könnt ihr darauf gespannt sein. Gerade im Main-Event, da bin ich schon ein bisschen abgegangen, kann man sagen. Nur so als kleiner Teaser. Aber ich würde mal sagen, wir fangen natürlich chronologisch an. Und natürlich habe ich noch mehrere Live-Reactions. Also ich habe nicht nur eine. Genau. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Und zwar, was mich ehrlich gesagt gewundert hat, war... Beziehungsweise noch nicht gewundert, erstmal kam ein kleines Hype-Video. Ne, beziehungsweise bevor das Hype-Video kam, startet man mit der US-Nationalhunde. Was mich ehrlich gesagt gewundert hat, weil... Ich habe noch nie bei einem Paperview, abgesehen von WrestleMania, die Nationalhunde gehört. Also bei WrestleMania macht man immer dieses America the Beautiful. Aber wenn der Survivor so startet damit... Ich weiß jetzt nicht, warum man das jetzt gemacht hat. Weil, sobald ich mich erinnere, macht man es eigentlich gar nicht bei so Paperviews. Außer es ist irgendwie ein besonderer Anlass, wie zum Beispiel 9-11 oder sowas eine Art. Da hat man es ja zum Beispiel gemacht, aber hier... Ich fand es merkwürdig, aber hat mich jetzt nicht groß gestört. Bestimmt für die Amerikaner was cooles. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Dann kam ein kleines Hype-Video. Und da wurde ja so ziemlich größtenteils das 25-Jährige Jubiläum des Undertakers gezeigt. Der Undertaker ist ja vor genau 25 Jahren debittiert, am 22. November 1990. Und zu dem Match von ihm kommen wir natürlich später. Und erstmal... Der andere Mittelpunkt, der Stand ist, wer der neue WWE World Heavyweight Champion wird. Wird es Reigns? Wird es Ambrose? Wird es Del Rio? Oder wird es Owens? Und direkt darauf kam auch das erste Match. Und zwar Roman Reigns gegen Alberto Del Rio. War kein schlechtes Match. War ganz gut gemacht. Und Roman Reigns konnte überraschend das Match gewinnen via Spear gegen Alberto Del Rio. Das ging ungefähr eine Viertelstunde an, beziehungsweise genauer gesagt 14 Minuten und 5 Sekunden. Ja, Roman Reigns gewinnt. Reaction. Spear. Das war's. Ja. Roman Reigns ist im Finale. Habe ich mir gedacht, aber... Naja. Gut. Weiter geht's. Okay, ihr habt eine Reaction gehört. War jetzt nicht besonders überraschend. Ich war... Wie gesagt, nicht überrascht. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn der Rio wirklich gewonnen hätte. Kleiner Notiz an sich. Das ist wirklich Albertus' erste Niederlage seit seinem Return. Also, es kann ja sein, dass er den Weeklys mal vielleicht verloren hat. Was ich allerdings nicht glaube. Aber hier hat er verloren. Und das von Roman Reigns. Obwohl der Rio vorher Cena besiegt hat. Naja gut. Ist halt so, ne. Reigns ist ja besser als Cena. Naja gut. Dann hat Backstage noch Roman Reigns ein Interview gegeben und... Leute. Warum gebt ihr Roman Reigns ein Mikrofon? Der kann nix am Mic. Oder... Oder... Och. Ey. Das ist zum Kotzen teilweise. Ich war froh, dass Owens kam. Weil Owens... Das ist einfach nur aufgewertet. Owens. Wenn der redet, das ist einfach nur so geil. Ich feiere diesen Typen einfach. Owens, ey. Der kann echt... Theoretisch kann er labern, was er will. Der bringt es einfach so geil rüber. Und das auch so real. Das ist richtig geil. Und... Daraffolgend... Äh... Ne schöne Überleitung kann man sagen. Und zwar gab es das Match direkt darauf. Dean Ambrose gegen Kevin Owens. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt ne Reaction aufgenommen? Natürlich. Doch. Klar. Klar. Äh... Wollte ich mal ganz kurz nachgucken, ob ich... Überhaupt ne Live Reaction aufgenommen habe. Wenn ich nicht sage... Höh... Ich hab ne Live Reaction und auf einmal kommt keine. Das ist ja natürlich ein bisschen blöd. Ich guck mal ganz kurz nach. Natürlich hab ich... Zwei Stück sogar. Und zwar der erste Live Reaction ist dieser... Suplex-Konter von Kevin Owens. Alter. Wie geil einfach dieser Suplex von Kevin Owens ist. One. Two. Schade. Das Match gefällt mir richtig gut. Ich feiere diesen Move. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere diesen Move. Weil... Der so geil eigentlich ist. Weil, weißt du... Du willst so einen Superplex ansetzen. Dann kontert den Owens einfach in so seinen... Superplex und dreht sich dabei. Ich find den Move einfach so geil. Den zeigt er zwar nicht oft. Und ich find's auch gut, dass er ihn nicht oft zeigt. Weil... Das ist für mich ein besonderer Move. Ein besonderer Konter ist ja bei... WWE 2K15 in einem DLC, was irgendwann kommen soll... Äh... Ein OMG-Moment. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr geil finde. Von daher... Sollte es weiterhin was Besonderes bleiben. Genau wie der Phoenix-Flash. Da soll auch was Besonderes sein. Aber... Der Phoenix-Flash soll immer öfters mal gelingen. Nicht dauernd immer nur failen. Meiner Meinung nach. Aber gut. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall. Das Match fand ich richtig stark. Ähm... Ob es jetzt Match of the Night war... Würde ich... Ja sagen... Eigentlich... Ja, das Match war eigentlich... Richtig stark, fand ich. Also sehr, sehr geil gemacht. Und Dean Ambrose durfte dieses Match gewinnen. Wir durften jetzt an den guten K.O. Live-Ractions darauf. What? Oh lol. What für ein Konter. Dirty Deeds. One. Two. Ambrose hat es geschafft. Krasses Match. Ich fand es richtig gut. Ja. Da habt ihr eine Live-Reaction. Ähm... Ja. Ich habe mich natürlich gefreut, dass Dean Ambrose gewonnen hat. Und... Damit steht das Finale fest. Dean Ambrose gegen Roman Reigns. Das erste Mal treten sie gegeneinander an. Und wie es da abgelaufen ist, das erfahren wir natürlich nachher. Ähm... Genau. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie es mit Kevin Owens weitergeht. Wie es auch mit Alberto Del Rio aussieht. Ich denke mal, der Alberto Del Rio wird irgendeine Fede haben zu TLC. Und dann denke ich mal, kommt irgendwann Cena zurück und holt sich den Titel. Denke ich mal. Bei Kevin Owens weiß ich gar nicht. Vielleicht wird er eine Fede hoffentlich nicht mit Golders kriegen. Ich habe nichts gegen Golders, aber... Ich finde, Kevin Owens hat... Oder... In der WWE gibt es deutlich bessere Gegner. Neville. Ein Ambrose. Reigns. Ha. Ha. Ähm... Wen gibt es noch? Tyler Breeze, Dolph Ziggler. Vielleicht irgendwann mal Daniel Bryan. Keine Ahnung. Es gibt genug Gegner, die Owens kriegen könnten. Die richtig geil... Äh... Gott, ich kann nicht sprechen. Die richtig geil sein könnten. Tut mir leid, aber... Es ist gerade bei mir... Ha. Kurz nach 5. Und... Da kann man nicht nochmal reden, weil ich immer noch... Ein bisschen Adrenalin im Blut habe. Warum? Das würde ich euch gleich sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das Match. Genau, gehen wir dann direkt weiter. Und zwar gab es darauf... Was ich erstmal überraschend fand. Und zwar das traditional 5-on-5 Survivor Series Tag. Die Elimination Match. Weil soweit ich das weiß, gab es in der Pre-Show ein Match. Also dieses Elimination Match. Das habe ich nicht gesehen, weil... Ich da noch gepennt habe. Kann man so sagen. Also ich habe ja ein bisschen vorgepennt für die Survivor Series. Weil ich ja... In... Ja... Wenn ihr es seht, bin ich in der Schule. Und da muss ja ein bisschen... Ja, ein bisschen was getan werden. Von daher... Ja gut. Ähm... Genau. Ähm... Ja. Jetzt war ich irgendwie komplett verwirrt. Warum auch immer. Wie gesagt, ähm... Es gab das traditional 5-on-5 Survivor Series Tag. Den Elimination Match. In dem Match waren Ryback, Lucha Dragons, Sin Cara und Kalisto. Und die Usos, Jimmy und Jay Usu. Gegen Sheamus, King Blood und New Day mit Kofi, Big E und Xavier Woods. Der Entrance von den New Day, von den Heels kann man eigentlich sagen. War ja richtig nice. Und... Ja. Ich habe eine Live-Rations drauf. Tatsächlich. Wie geil sieht das aus. Alter. Lucha Boonies. Alter. Ey. Die treffen genau meinen Humor. Ey. Was labert Sheamus da? Hä? Alles klar. Ist das unterhalten einfach. Ich fand das extrem unterhaltsam. Es war einfach so geil, weißt du. Die reden da einfach in New Day irgendwie. Die können teilweise echt manchmal reden, was die wollen. Die bringen das einfach so geil rüber. Und mit ihrer Art einfach Hammer. Und dann kommt einfach Sheamus labert da irgendwas. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er gesagt hat. Ähm. Was hat er überhaupt gesagt? Ähm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was... Was Sheamus sagen wollte. Ich habe jetzt kurz mal gelesen, aber... Warte. Dass die Pause heute gemeinsam vorknüpfen mit dem Braufsicht... Ne. Keine Ahnung. Egal. Ähm. So. Keine Ahnung, was der da gesagt hat. Ist auch eigentlich relativ egal. Ähm. Auf jeden Fall New Day Rocks. Dann kam das Match. Das Match habe ich irgendwie gar nicht so groß in Beachtung. Ich fand das... War nicht so gesehen, aber fand ich nicht schlecht. Das muss ich mir, glaube ich, nochmal nachher nochmal genauer anschauen. Auf jeden Fall war das Match, fand ich in Ordnung. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ähm. Sin Cara eliminierte er als King Barrett. Xavier Woods eliminierte er als Jamie Uso. Sheamus eliminierte dann Sin Cara. Jay Uso eliminierte dann Big E. Und dann eliminierten sich Kofi und Xavier Woods selber, weil sie, ähm, Big E gemeinsam aus der Halle getragen haben quasi, weil er verletzt war. Und die wollten sich um ihn kümmern und dadurch wurden sie ausgezählt. Und dann war Sheamus alleine und muss dann gegen drei Leute antreten. Und Ryback gewinnt, ähm, mit zusammen Jay Uso und Kalisto dieses Match. Das hat man richtig geil gemacht. Erstmal kommt, äh, Kalisto zeigt ein Move. Dann Jay Uso der, äh, Superkick und darauf direkt der Shellshock. Sehr, sehr geile Kombo, kann man sagen. Und, ja. Die Souls-Survivors sind Ryback, Jay Uso und Kalisto. Ich hatte irgendwie gedacht, vielleicht die Lucha Dragons so als Ender, sodass noch Sin Cara dabei ist, damit die Lucha Dragons irgendwann sich die Tag Team Titles holen. Aber, nun gut, ich habe mir ehrlich gesagt gewünscht, dass man sich statt Ryback Cesaro holen könnte. Aber ich habe jetzt gerade gelesen, dass sich Cesaro wahrscheinlich eine Schulter-OP unterziehen muss. Was ich auf jeden Fall schade finde, wenn das so sein sollte, weil ich finde Cesaro Hammer. Aber gut, ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal weiter. Wie gesagt, ein gutes Match, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Dann kam das Divas Championship Match zwischen Charlotte und Paige. Und dieses Match hatte mehr Zeit als das darauffolgige Match, als auch das Tag Team Match am Ende. Also, also, hat mehr Zeit als das, äh, Breeze gegen Ziggler Match, die Brothers of Destruction. Ähm. Und mehr Zeit bekommen als, ich seh, warte, lol. Ich seh grad, es hat mehr Zeit bekommen als Reigns gegen, äh, Del Rio, als Ambrose gegen Owens, Breeze gegen Ziggler und die Brothers of Destruction. Es ist, glaub ich, das zweitlängste Match des Amts. Vielleicht sogar das drittlängste. Ich weiß gar nicht, wie lang ging der Main Event, das steht hier gar nicht. Ähm. Doch! Es ist das zweitlängste Match am Abend. Krass. Ist krass. Geil. Das zweitlängste Match des Abends, was ich sehr, sehr geil finde. Und, ja. Charlotte konnte sich in diesem Match durchsetzen via Figure-8-Log. Das Match persönlich fand ich sehr gut gemacht. Also, es war kein schlechtes Match. Ich hab gehofft, dass es kein schlechtes Match wird. Und ich fand das Match sehr gut gemacht. Äh, war sehr intensiv. Äh, wie gesagt, schön gemacht. Schöne Moves und so weiter. So, Paige hat ihre Rolle super gemacht. Charlotte, die etwas aggressiv rüberkam, die ihre Wut rauslassen wollte, weil sie halt von Paige verletzt wurde durch diese Aussagen, die Paige halt bei Manny Lloyd Raw getätigt hat. Von daher sehr cool gemacht. Und Charlotte hat dieses Match via Figure-8-Log gewonnen. Wie gesagt, schönes Match. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ob jetzt Charlotte bei TLC eventuell gegen Banks antritt, nochmal gegen Paige. Oder irgendwie ein Triple Threat-Match mit Paige und Becky Lynch. Man weiß es nicht. Das können wir drauf gespannt sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, was mit denen passiert. Zu diesem Match habe ich auch keine Live-Fractions. Zum nächsten Match habe ich auch noch keine. Erst ab dem Co. und dem Main-Event. Da habe ich wieder welche. Keine Sorge. Ich habe diesmal nicht so viele Live-Fractions gemacht, wie jetzt zum Beispiel bei Herrn Sel. Aber das ist ja nicht schlimm, denke ich mal. Ja, dann kam das erste Pay-Per-View-Match für Prince Brady und zwar Tyler Breeze. Tyler Breeze hatte ein Match gegen Dolph Ziggler und das konnte er nach 6 Minuten 41 Sekunden gewinnen gegen Dolph Ziggler. War ein schönes Match. Nur ich fand das ein bisschen zu kurz. Das hätte man ein bisschen mehr Zeit geben können, weil es sind beide super Wrestler und wenn die mehr Zeit gekriegt hätten, dann wäre das Match richtig gut geworden. Na, naja. Ist jetzt halt so, ne? 6 Minuten 41 ist nichts Verwerfliches. War kein schlechtes Match für die Zeit. Und Tyler Breeze konnte ich den Sieg holen, weil ich sehr, sehr wichtig fand. Überraschenderweise via Kill Switch, wie ich lese, den Unpretier. Überraschend für mich, dass er diesen Move verwendet hat, weil ich eigentlich gedacht habe, dass er via Beauty Shot verwendet, aber da macht er diesen Move. Das ist ja auch nicht schlimm, ist auch kein schlechter Move, kann man sagen. Und Unpretier, hört sich auch nicht schlecht an, kann man sagen. Wie gesagt, Tyler Breeze gewinnt dieses Match. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie es mit Tyler Breeze weitergeht. Ob die Fähne mit Ziggler sich zieht bis TLC oder ob irgendwas anderes sich ergibt. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Kommen wir nun zum Co-Man-Event. Und zwar Brothers of Destruction gegen die Wyatt Family. Und dieses Match, da war ich ziemlich am meisten gehypt, muss man sagen. Weil die Survivor Series drehte sich ja quasi um das 25-jährige Jubiläum des Undertakers. Ich bin großer Undertaker-Fan, mein Lieblingswester, mein Favorit of all time. Und deshalb bin ich auch richtig gehypt auf dieses Match gewesen. Und Wyatt Family kam raus, Brothers of Destruction kam raus. Und natürlich habe ich auch zu diesem Entrance Live-Ractions. Wow, Wyatt's Entrance, Gänsehaut. Und jetzt die Brothers of Destruction Entrance. Freu ich mich. Undertaker 25 years. Undertaker. 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 Oh. Okay. Kane kommt alleine rein. Alles klar. Dann warten wir auf Undertaker. Entrance. Undertaker. 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 Oh. Alter. Jedes Mal. Beim. Diesen Gong. Was ist denn jetzt? Geil. Wie geil, alter. Alter. Wie geil, alter. Wie geil, alter. Wie geil. Ich liebe diesen Entrance immer noch. Und da ist er. Da hieß der Mann. Fünfundzwanzig Jahre. Alter. Gänsehaut des Todes. Fünfundzwanzig Jahre. Fünfundzwanzig Jahre. Genau. Hier habt ihr Live Reasons zu den Entrance gesehen. Bray White's Entrance. Hat immer Gänsehaut. Finde ich immer sehr, sehr nice. Cain's Entrance war jetzt nicht so gänsehaut betont. Aber das ist ja nie bei einem Cain Entrance, kann man sagen. Ist ja ganz normal. Kommt halt Monstermäßig rüber. Aber der Undertaker Entrance, den muss man gesehen haben. Der war so geil. So geil einfach. Also ich feiere jedes Mal, wenn der Undertaker diesen Entrance hat. Aber diesmal hat man echt was Besonderes mit diesem Feuer, mit diesem Kreuzen da, mit den Flammen, dann auf den Titans schon was da für Bilder reinkam, alles. Wie man das alles gemacht hat. Dann auch Cain da noch ein bisschen seinen Teil gemacht hat. Und richtig geil, würdig für diesen Mann, für mich die größte Legende aller Zeiten, der größte Star der WWE und so weiter und so fort, einfach eine Legende. Und das hat er sich einfach verdient. 25 Jahre lang, non-stop bei der WWE. Das muss meiner nachmachen. Und das hat der Undertaker, das hat er sich verdient. Ich war einfach nur, ich hatte einfach nur Gänsehaut. Ich hatte, ich hab's einfach nur gefeiert. Kann man einfach so sagen. Manche würden sagen, hey, ist er nun ganz normal in der Entrance? Nein, es ist nicht. Es ist Undertaker und hat immer einen geilen Entrance. Aber dieser Entrance war echt richtig geil und auch für ihn würdig für sein Jubiläum. Das Match war jetzt vom technischen Aspekt her nicht das Beste, kann man sagen. Aber es hat mich sehr unterhalten und ich fand es im Endeffekt gar nicht so schlecht. Es war eigentlich ein gutes Match. Es hat mich sehr unterhalten. Man hat zwischenzeitlich einen Chokeslam gezeigt an Braun Strowman. Ausschnitt. Komm an! Und Chokeslam! Bam! What a Destruction by the Brothers of Destruction! Deadwatch. Spielen! Nice! Ja, das habe ich gefeiert. Also das fand ich richtig nice. Diesen Double Chokeslam durch das spanische Kommentatorenpult. Dass man ihn so quasi ausgeschaltet hat. Sehr, sehr geil. Hat man richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, und dann halt beide liegen auf dem Boden, stehen dann auf, verprühen beide, geben beiden Chokeslam. Und dann macht der Undertaker sein Tombstone Piledriver gegen Luke Harper. Ich wollte sagen Luke Ambrose, oh Gott ey. Ne, Luke Harper. Und gewinnt dieses Match nach 10 Minuten. Schönes Match. Bray Wyatt wurde nicht gepinnt, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Wenn man zweimal jetzt gepinnt hätte, jetzt bei WrestleMania und so, wäre nicht gut gewesen. Viele werden jetzt sagen, oh, warum gewinnt der Undertaker? Der braucht den Sieg doch nicht und so weiter. Und Bray Wyatt hat es mir geholfen. Und ich muss sagen, ja, das kann sein. Aber ich war für den Undertaker, ich habe mich auch gefreut. Reaction, seht ihr jetzt? Hahaha. Chokeslam! Und... Und... Tombstone Piledriver! Und... Und... One, two, three, BAM! Ja, Mann. Brothers of Destruction gewinnen. Nice. Sagen Menschen bestimmt, oh, White, so gewinnt. Ich war für den Taker. Ja, Mann, nice. Genau, ihr habt jetzt die Reaction gesehen. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Der Undertaker hat gewonnen. Ich war auch für den Taker. Ich bin großer Undertaker-Fan. Da ist mir relativ egal, wer gegen den Antritt und wer es mehr braucht. Ich bin Taker-Fan und Taker soll für mich immer gewinnen. Aber das ist normal, wenn man Fan von einem ist, dann wünscht man sich, dass er immer gewinnt. Kann man so sagen. Und ja, Taker hat gewonnen mit Kane zusammen. Brothers of Destruction. Unterhalb seines Match. Sehr cool. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht. In keinster Art und Weise. Genau. Dann kommen wir nun zum Main Event. Und das, denke ich mal, waren, glaube ich, so... Seitdem ich die Live-Reactions mache, kamen schon jetzt mal mehrere Ausraster jetzt zustande. Das hatte ich eigentlich nicht so oft. Aber diesmal kam es zustande. Und das wollte ich jetzt schon mal sagen. Nicht, dass ihr denkt, äh, wieso rastet das aus und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, soweit ich es gelesen habe, das ging einigen so. Das hat mich überrascht. Aber auf jeden Fall cool. Und zwar das WWE World Heavyweight Championship Tournament Final zwischen Roman Reigns und Dean Ambrose. Das Match fand ich, wie gesagt, auch nicht schlecht. Was übrigens auffällig ist, in der Survivor Series bei diesem Pay-Per-View gab es eigentlich kein schlechtes Match. Also, ich habe jetzt kein Match gesehen, weil ich sage, es war schlecht. Es ist meistens bei dem Pay-Per-View so immer, ein Match war in Lowlight oder war nicht gut. Und hier fand ich eigentlich gar nichts schlecht. Ich fand eigentlich alles gut. Hat mir alles super gefallen. Und in dem Main-Man auch so, war auch kein schlechtes Match. Und, ja. Erstmal so Reactions zu den beiden Finishers, die sie zum ersten Mal gezeigt haben. Nein! 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 One, two, kick out! Ja! Oh, Gott sei Dank. Boah! Und... DORDIDIETS! Jetzt komm! One, two... Nein! Mann! Och, nee! Ja, bei Roman Reigns habe ich mich gefreut, dass er nicht gewonnen hat. Bei Roman Reigns... Äh, bei Dean Ambrose... Nein! Warum? Aber... Na gut, das ist normal. Und, ja. Dann beim zweiten Spear... Ja, ich zeig mal erst Direction. Nein! One, two... Nein! Oh, nee! Nein! Reigns ist WWE World Heavyweight Champion. Ja, der zweite Spear passiert und Roman Reigns wurde neuer WWE World Heavyweight Champion und ich habe mir gedacht, Alter, das ist nicht euer Ernst. Ihr lasst wirklich Roman Reigns den Titel und ich war ja komplett für Ambrose. Ich habe, ich habe gehofft für Ambrose, ich habe gebetet, dass Ambroses wird und so weiter und so fort und da wurde es am Ende Reigns und man hat anderen Emotionen gemerkt, wie ich am Ende drauf war wahrscheinlich und ja, ich habe mich natürlich ein bisschen beruhigt, kann man sagen. Also, ich bin jetzt nicht mehr so krass ausgerastet jetzt, aber es passiert ja noch was, ist ja noch nicht vorbei, kann man sagen. Und ja, dann feiert natürlich Reigns, Ambrose kommt zu ihm und umarmt ihn. Ich dachte irgendwie so, ach, nee, kein Turn oder irgendwas passiert. Dachte ich mir, ach, nee, wird so ein Ende oder so und Roman Reigns ist WWE World Heavyweight Champion. Der hat kein Championship Material. Das ist er einfach doch nett. Er ist für mich ein guter IC Champion, aber er ist kein Main Eventer. Das ist einfach so bei Reigns. Wenn ich allein seinen Mic work höre, das ist so scheiße. Der kann, der kann nicht reden. Kann man sagen. Aber gut, ähm, Roman Reigns, vergiss es. Ja, er feiert natürlich, dann kam aber Triple H und ich dachte mir in dem Moment, hä, was passiert denn jetzt? Und, ja. Ich glaube, ich zeige erst mal die Reactions, bevor ich dann zum letztendlichen Ende komme. Wahrscheinlich denken manche, ich übertreibe, ich übertreibe nicht, aber nein, ich übertreibe nicht. Ich habe so reagiert und ich schäme mich dafür auch nicht und es ist einfach so. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich zeige euch jetzt letztendlich die Reactions und dann konnte ich eure eigene Meinung bilden. Schreibt aber gerne in die Kommentare, was ihr so für Reactions habtet. Das würde mich auch mal interessieren. Viel Spaß jetzt mit den Reactions zum Ende der Survivor Series. Was passiert denn jetzt? Hä? Was? Ein Spearm gegen Triple H? What? What? Seamus? Was? Was? Seamus Gerstein? Was? Was? One, two, three, four. Nein. Ach nee. Oh nein. Das ist nicht wahr. Oh, ich habe gerade gedacht, er gewinnt. Jetzt? Komm schon! 1, 2, Ja! Ja! Nice! Ja! Ja! Die Survivor Series ist gerettet! Ja! Geil! Was ist denn jetzt so? Alter! Geil! Alter! Reigns gewinnt den Titel, ich denk mir so, es passiert nichts, und dann kommt sowas. Geil gemacht! Ein Cliffhanger, geiler Cliffhanger. Seamus ist neuer WWE World Heavyweight Champion. Ja, ihr habt das Ende jetzt gehört, es ist, ja, ähm, krass, muss man sagen, einfach nur krass. Äh, aber ich will erstmal aufarbeiten, was passiert ist und dann sag ich da jetzt endlich meine Meinung dazu. Roman Reigns feile seinen Titel gewinnen. Ich war schon am kotzen, ich dachte mir so, alter, nein. Dann kommt Triple H raus und ich dachte mir so, was passiert denn jetzt? Dann kommt, äh, äh, Triple Edge will, äh, fire mit ihm, wollte in den Handshake geben, Roman Reigns den abgibt in den Spear. Und ich dachte mir so, okay, was passiert jetzt? Dann kommt aber Seamus raus, gibt in den Bro-Kick, will ein-cashen, pinnt Reigns, Reigns kickt aus, dann wird das Match weiter fortgesetzt, äh, Seamus zeigt dann den zweiten Bro-Kick gegen Reigns und wird neuer WWE World Heavyweight Champion. Und ich bin da komplett ausgemacht, also, geil, geil, einfach, richtig geil gemacht und dann, äh, wo ich noch zum Ende sagen will, Seamus Fight anschließend noch seinen Titel gewinnen mit, äh, Triple Edge und wahrscheinlich ist Seamus jetzt der neue Authority Guy und, ja, Romans war fertig und weinte ein bisschen, oh, weinte, ja, okay. Ähm, ja, genau, das war eigentlich das Ende des Services und ich muss sagen, geil gelöst. Also, wie die mit meinen Emotionen gespielt haben, das ist richtig gut gemacht. Also, erst haben die mich zum Ausrasten gebracht und dann gaben sie, dann gaben sie einfach einen Feel-Goat-Moment. Oder für die Fans, die mag sind andersrum, sie haben sich erst gefreut und dann waren sie traurig, also, man hat gut die Emotionen gemacht, man hat es richtig gut gelöst, man hat auch einen Sinn ergeben, weißt? Äh, also, es gibt für mich alles Sinn, was da passiert ist und so weiter und so fort, man hat eine super Lösung gefunden, man hat es richtig geil gemacht, ähm, super, einfach super gemacht. Also, ich muss sagen, WWE, Gratulation, sehr, sehr geil, danke Seamus, danke, danke Seamus, dass du wenigstens der WWE World Heavyweight Champion bist. Ich hätte viel mehr Ambrose gegönnt, ähm, als Seamus, aber Seamus finde ich auch nicht schlimm, aber besser als Reigns, besser als Reigns, weil Reigns immer noch kein WWE World Heavyweight Champion hat, aber jetzt muss man sagen, er war World Champion. Er war World Champion, aber immerhin ist das jetzt nicht mehr, das ist immerhin die Hauptsache und wie gesagt, das hat man richtig gut gemacht, geil gelöst, danke WWE dafür und, ja, das ist meine Meinung dazu, zum WWE World Heavyweight Championship Match. Wer mich auf Twitter verfolgt hat und den Paperweight Live gesehen hat, der weiß ungefähr, was ich so, äh, ja, was ich so geschrieben habe, wie ich so reagiert habe und so weiter und so fort, ähm, ja, natürlich habe ich auch so ein bisschen Umfragen geschickt, also, wer meint hier gewinnt und so weiter und so fort. Das war teilweise immer ausgeglichen, ich glaube, bei Ambrose war es sehr eindeutig, bei Reigns war es 50-50, bei Paige war es 50-50, äh, bei Main Event habe ich vergessen, die zu machen, bei Brothers of Destruction gegen White Family war auch größtenteils für die Brothers of Destruction. Fand ich sehr, sehr cool, dass Twitter so eine neue Sache hat mit Umfragen, also, falls ihr live schaut und, dann könnt ihr auf meinen Twitter-Account gehen und dann könnt ihr umfragen oder ein bisschen interagieren, das mache ich auch ganz gerne und so weiter und so fort. Und, ja, dazu, dazu, das dazu, genau, äh, ist, egal, ist, egal, versprechen kann man sich, ist es gerade bei mir halb, äh, halb sechs und daher, jetzt wird auf jeden Fall die Review geschnitten, hochgeladen und so weiter und so fort, damit ihr sie ungefähr um 14, 15 Uhr sie kriegt, äh, schalte ich die dann frei und, ja, genau, das war die Survivor Series, eine starke Survivor Series, hat mir sehr, sehr gut gefallen, äh, es gab kein schlechtes Match, äh, Man hat's gut gemacht, man hat am Ende eine richtig geile Lösung gefunden, äh, richtig gut gemacht, ähm, ja, wie gesagt, ich hätte Ambrose gegönnt und dann hätte Rain's turnen können, das wäre auch eine geile Lösung gewesen, aber so, wie man's jetzt gelöst hat, fand ich sehr gut, ich bin gespannt, wie die Raw weitergeht. Ich bin eigentlich geneigt, die Raw wirklich live zu schauen, obwohl ich Schule habe, aber ich werde's nicht tun, weil, naja, Schule ist mir schon wichtig und zwei Nächte wach bleiben und so weiter, äh, lieber nicht, ähm, auf jeden Fall werde ich die Raw mir direkt nach der Schule anschauen, ich bin so gespannt darauf, wie es weitergeht, und, ja, es erstellt, bzw. es gab wieder einen guten Cliffhanger, bei der Hell in a Cell, ähm, Pay-Per-View hat man Cliffhanger gehabt und hier auch einen Cliffhanger, super gemacht und so muss es doch sein, mit einem Cliffhanger enden, mit einem Schocker, weil das war ein Schocker, man hat nicht wirklich damit gerechnet, dass James wirklich eincashed, man hat eher gehofft, dass ein Ambrose turnt, aber mit James hat man nicht ungefähr getippt, aber, das ist nicht so wichtig, äh, es ist passiert und, ja, gute Lösung, hat mir auf jeden Fall super gefallen, starkes Survivor Series, super, schreibt eure Meinung in die Kommentare, was denkt ihr über die Survivor Series, was denkt ihr über den Main Event, was denkt ihr über die ganzen anderen Matches, und so weiter und so fort, schreibt genau eure Meinung in die Kommentare und da würde ich sagen, natürlich auch über die Live-Fractions, äh, könnt ihr auch mal gerne sagen, was ihr so gedacht habt und so weiter, schreibt sie gerne rein, und da würde ich nur sagen, bis nächstes Mal, haut rein und ciao! Ciao!